Für die Mehrzahl unserer Wander- und Trekkingjacken setzen wir Materialien des klassischen Texapore-Levels ein. Ein Highlight dieses Texapore-Levels ist das Material Texapore Smoothlight. Dieses Material ist besonders geschmeidig und besonders raschelarm. Wir verwenden bei Texapore Smoothlight eine besondere, feine Twill-Konstruktion, die es möglich macht, einen sehr weichen und trotzdem robusten Stoff zu konstruieren.